Hör mal, du Pfosten! Guten Tag, wir hatten telefoniert. Ja, schön, dass Sie es einrichten konnten. Schuhe ausziehen. Kein Problem. Wo haben wir denn einen Übeltäter? Und das ist eine absolute Unverschämtheit. Was ist das überhaupt für eine Aussage? Wir kommen so zwischen 9 und 12 Uhr. Wenn ich meinem Chef sage, ich komme so zwischen 9 und 12 Uhr, kann ich mir direkt die Kündigung abholen. Wieso machen Sie denn abends keine Termine? Jetzt musste ich mir extra einen halben Tag freinehmen. Ich habe nur 33 Urlaubstage. Ja, so genau können wir das halt auch nicht sagen, wann wir da sind. Also aus meiner Erfahrung geht das auch recht schnell. Ich kann mir das jetzt auch mal direkt angucken. Ja, gut, hier. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin seit 5 Uhr auf dem Bein, habe gestern bis 22 Uhr an meiner Buchhaltung gesessen, nebenbei noch ein Rohrbuch beseitigt und du kommst hier an, buh, 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 nur 33 Urlaubstage. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr im Urlaub, Kollege. Und jetzt sage ich dir mal was, ich hole gleich nämlich meinen Pömpel aus dem Auto und dann ziehe ich dir dein Hirn raus und guck mal, ob du verstopfen hast. Entschuldigung? Ja, der Abfluss ist seit 2 Wochen verstopft. Ja, ich guck mal. Oh ja. Oh, ich sehe schon. Wollen Sie da jetzt einfach rumschrauben? Ja. Ja, aber auf YouTube sah das ganz anders aus. Haben Sie das schon mal gemacht? Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja. Also auf YouTube machen die das ganz anders. Hör mal, du Pfosten. Dreieinhalb Jahre Berufsausbildung, 20 Jahre Berufserfahrung. Du glaubst, so ein verstopfter Siphon ist irgendwie ein Problem für mich. Das mache ich dreimal am Tag. Und überhaupt, wie sieht das Ding überhaupt aus? Zugemüllt bis zum Geht nicht mehr. Rasierst du dir hier deinen Rücken an der Spüle oder was? Und YouTube, YouTube. Ich höre immer YouTube von den ganzen Leuten. Dann mach es doch selber. Sagen Sie mal, haben Sie da selber rumgeschraubt? Ich? Nee. Aha. Und was ist denn das für ein Rotz? War das der gemeine Rohrbiber oder wer soll das gewesen sein? So, wenn Sie jetzt einmal hier gucken wollen. Räuft wieder 1A-Abgangswasser. Jodo oder Litt, wie die Jugend wird heutzutage so sagen. Ja, ja, ja. Ganz toll. Also in meinem Wohnzimmer muss man die Lampen noch anbringen. Und irgendwie knackt dieses Fenster. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Können Sie das eben schnell machen? Ich muss ja eh bezahlen. Ich bin leider nur Gas-Wasser-Installateur. Aber bei MyHammer finden Sie bestimmt den richtigen Handwerker, der genau für Sie morgen zwischen 9 und 12 Uhr Zeit hat. Ich meine, ich muss ja eh bezahlen. Na klar. Ich kann auch für dich ins Büro fahren. Und dann eben so deine Arbeit anlegen. Eine Steuererklärung vielleicht noch machen. Eine stillende Küche. Wie wäre es mit einem 5-Gänge-Menü? Noch eben Bad einlassen. Dann noch ein Schlaflicht und abends liegen. Und morgen früh wecke ich dich mit frisch gebrühtem Kaffee. Das wäre es doch, oder? Also passt heute nicht. Eher nein. So, den einen Siffer noch. Und dann, dann haben wir es auch schon. Also wenn Sie jetzt noch einmal hier durchschreiben, dann sind Sie nämlich schon wieder los. Was? So viel Geld für so wenig Arbeit? Und die Anfahrt wird auch noch berechnet? Hallo? Wo kommen wir da denn hin? Nee, da muss man am Preis auf jeden Fall noch irgendwas machen. Also, wir wollen ja auch, dass hier beide Parteien glücklich aus der Nummer rauskommen. Und ich empfehle sie auch auf jeden Fall weiter. Also, das ist jetzt aber wirklich der Preis, den wir am Telefon vorher vereinbart hatten. Und das ist auch unser üblicher Stundensatz. Und die Kollegen würden genauso viel nehmen dafür. Und die Arbeit ist vernünftig. Das Wasser läuft wieder ab, wie Sie sehen. Also, das ist schon das, was Sie dafür zahlen müssen. Ja, das sehe ich nicht. Doch. Ja, dann hören wir es auch schon. Wenn Sie noch einmal hier unten unterschreiben, dann sind Sie nämlich direkt los. Was? So viel Geld für so ein bisschen Arbeit? Und die Anfahrt wird auch noch berechnet? Hallo, wo kommen wir da denn hin? Nee, also, da muss man am Preis irgendwas machen. Also, Sie wollen ja auch, dass hier aus der Zusammenarbeit wir beide Parteien glücklich rausgehen. Und ich werde Sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Weißt du was? Jetzt reicht es mir auch langsam. Dann sehen wir mal zu, wie du deinen Abschluss mit deinen YouTube-Videos wieder frei kriegst. Jetzt fehlen Sie mich auf keinen Fall weiter. Und Ihnen und Ihrem Abschluss noch eine schöne Verstopfung. Und Schuhe ausziehen. Das war mein Abendessen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Oder ihr drückt zweimal auf den Daumen nach unten. Erzählt uns auf jeden Fall noch, was ihr schon alles mit euren Kunden erlebt habt. Denn da gibt es die wildesten Geschichten. Schuhe ausziehen. Jawohl. Und die anderen Videos angucken. Und die anderen Videos angucken. Und dann geht es noch mal. Und dann geht es nochmal. Und dann geht es noch mal.